Grüß Gott, Servus und Hallo liebe Klemperfreunde und herzlich Willkommen zu dieser Sonderausgabe hier auf meinem Kanal. Und ich möchte mich erstmal recht herzlich bedanken für 50 Abos auf diesem Kanal. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt aus dieser Sondersendung. Und zwar haben wir nur 5 Tage. Faktusierlich 5 Tage? Was will der mit 5 Tagen? Ja, in 5 Tagen startet unser neuer alternative Klemperstein-Forum namens Noppenhelden. Ja, ich weiß. Es gibt schon viele Foren. Lego hat verdammt viele Foren. Aber wenn man mal auf die alternative Klemperstein-Community geht, finden wir gerade mal eine Handvoll Foren. Und die sind nicht immer gut. Zumal viele nicht wirklich unabhängig sind. Und auch sehr viele Antihaltungen gegenüber Klemperstein haben. Finden wir persönlich selber nicht gut. Deswegen hat unser Admin Dallas ein neues Forum ins Leben gerufen. Er möchte, dass alle Mitglieder über den Tellerrand hinaus schauen. Das heißt, jeder alternative Klemperstein ist herzlich willkommen. Aber das war ja noch nicht alles. Zeitgleich zu diesem Start ab dem 1.7. gibt es einen Contest. Das heißt, das beste Review gewinnt. Wie findet das statt? Als erstes, ihr müsstet euch natürlich erstmal anmelden. Anmeldung ist übrigens kostenlos. Dann habt ihr vier Wochen an Zeit, ein gutes Review in diesem Forum zu schreiben. Und mit einem Umfang aller Mitglieder gewinnt das beste Review. Der Gewinner bekommt von unserem Forum-Partner den K500 Oldtimer von Moldking. Der zweite und drittplatzierte geht selbstverständlich ebenfalls nicht leer aus. Aber nicht desto trotz, es geht noch weiter. Ihr werdet es nicht glauben. Für jedes Review, was ihr in diesem Forum schreiben wollt, bekommt ihr drei Noppenthaler. Ja, Noppenthaler. Was ist Noppenthaler? Noppenthaler ist im Prinzip eine Währung. Kennt ihr sicherlich, wenn ihr beim Rewe, beim Penny oder sonst noch was einkauft, bekommt ihr ja auch Punkte. Das ist einfach nichts anderes. Wenn ihr genug Noppenthaler gesammelt habt, könnt ihr es gerne in unserem Premium-Bereich, in dem Forum, bei unserem Forum-Partner, gegen einen Gutschein eintauschen. Ja, ich bin begeistert. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu, es wird spannend. Ich bin gespannt, wie viele Mitglieder habt. Ich bin bereits ein Noppenheld. Jetzt ist nur noch die Frage, wann bist du zu einem Noppenheld? In diesem Semmer, ich wünsche euch ein fröhliches Garten. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020